Wir sind jetzt ja schon das dritte Mal ungefähr in Riesa und es ist für uns jetzt ungefähr der fünfte oder sechste internationale Wettkampf. Und uns gefällt es eigentlich ganz gut hier, besonders die Halle und ja, genau. 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 Das schwerste Element, ja, das schwerste Element, die Mühle auf den Knoten geklappt hat und wir müssen halt noch in Tempo besonders an den Landungen und so arbeiten und an der Technik und sonst war eigentlich alles in Ordnung.